So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video und ihr habt es gerade mitbekommen. Ich habe ein Video darüber gemacht, dass BMW sagt, bis 2024 werden wir in Deutschland die Motorenproduktion für Verbrennermotoren, sprich Benziner und Dieselfahrzeuge einstellen. Dann hat VW auch noch gesagt, wir bauen den Passat nicht mehr in Deutschland, sondern das wird im Bratislava stattfinden. Ja, und da muss man doch nicht wirklich intelligent für sein, um zu verstehen, warum das Ganze passiert, warum das hier so läuft. Das liegt an der Politik, das liegt an den Steuersätzen und, 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 einfach daran, dass Deutschland als Produktionsstandort immer unattraktiver wird. Was ist die logische Konsequenz? Man geht damit ins Ausland. BMW nach Großbritannien, nicht mehr EU, mal darüber nachgedacht. Genauso auch noch nach Österreich, okay ist EU, aber da bauen sie auch nur kleinere Motoren. So, und dementsprechend, jetzt kommt auch noch Daimler. Daimler sagt, wir bauen auch keine Verbrennermotoren mehr in Deutschland. Das Ganze wird nämlich noch weiter weg passieren, in China. Die machen das nämlich mit dem Autobauer Geely zusammen in Kooperation bis 2024, komischerweise auch dasselbe Jahr. Surprise, surprise, soll das Ganze nämlich dort auch stattfinden. Das heißt, wir haben einen weiteren großen, großen Arbeitgeber und Motorenhersteller in Deutschland, der sagt, ich kann es, möchte es nicht mehr hier. Aus welchen Gründen auch immer, meiner persönlichen Meinung nach, hängt da natürlich ganz stark die Politik mit dran. Es ist einfach eine Farce, was hier mittlerweile passiert. Ich habe zahlreiche Leute, die Unternehmer sind, die selbstständig sind und die mir ihr tägliches Leid auch plagen. Und viele davon habe ich euch häufiger überberichtet, die auch schon gesagt haben, ich gehe raus aus dem Land, ich mache das nicht mehr mit. Ich kann nicht hier arbeiten und gebe mindestens meine 50% Steuern ab. Und im Endeffekt bin ich der Gelackmeierte. Große Unternehmen, große Firmen, wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Apple beispielsweise. Nehmen wir ein Apple. Apple hat 2011 auf eine Million Euro Umsatz 50 Euro Steuer bezahlt. Wisst ihr, das schafft nicht der kleine Handwerksbetrieb. Das schafft nicht der Familienbetrieb mit 20 Mitarbeitern, mit 50 Mitarbeitern. Das kriegst du nicht hin, wenn du diese ganzen Anwälte und Experten, die so große Konzerne sich leisten können, hast. Deswegen, der Mittelstand bezahlt die ganze Party, die hier läuft. Und das ist doch eine Farce. So, und dementsprechend macht man den Wirtschaftsstandard Deutschland weiterhin kaputt. Der Betriebsrat zeigt sich hier natürlich komplett geschockt, weil klar, da hängen natürlich Arbeitsplätze dran. Und hier heißt es, die Unternehmen planen die Entwicklung eines hocheffizienten modularen Motors, der Hybridfahrzeuganwendungen der nächsten Generation ermöglicht, die in Europa und China bereitgestellt oder hergestellt werden. So, und dann sagt der Betriebsrat hier von Arbeitnehmerseite soweit dazu, wir sind fassungslos. Nicht einmal Diskussionen über alternative Fertigungsstandorte waren möglich. Ja, und sorry, da muss man aber ganz klar an den Betriebsrat hier an der Stelle sagen, an die Arbeitnehmervertreter, ja sag mal, warum mobilisiert ihr die Leute nicht, dass die alle mal nach Berlin gehen, dass sie mal alle die Arbeit niederlegen, dass sie mal alle nicht Arbeit niederlegen, nur damit der Konzern geschädigt wird, sondern damit die Regierung das mal mitbekommt. Und da mal vielleicht ein bisschen passiert, insofern, dass der Daimler-Konzern oder auch andere Firmen mal Druck auf die Bundesregierung ausüben können. Guck mal, wir haben hier Zehntausende oder von mir aus Tausende Mitarbeiter, die werden hier nicht mehr arbeiten, weil wir können wiederum hier nicht mehr produzieren, wenn ihr uns das Leben so schwer macht mit eurer Politik. Und das ist der grundlegende Fehler an diesem ganzen System und das finde ich so schade daran, dass darüber nichts in der Presse kommt oder auch diese Idee irgendwie gar nicht mehr durchkommt. Dementsprechend, schreibt eure Meinung unten rein, bis zum nächsten und ciao.